Herzlich Willkommen bei den Aldrix, heute unerfolgreich. Heute haben wir etwas ganz spezielles hier und zwar möchten wir einen Blick werfen auf das Star Trek Adventures Pen & Paper von Modiphius, den Typen, die auch das altersbeliebte Conan Pen & Paper und das Achtung Cthulhu Pen & Paper herausgebracht haben, die Erfinder des 2D20 Systems, das ich zumindest vorher nicht gekannt habe. Sie haben sich jetzt die Rechte für Star Trek gekreilt und haben ein ziemlich lustiges Pen & Paper daraus gemacht und wir möchten heute wie gesagt einen Blick darauf werfen, nicht einen Review machen von dem jeder soll sich selber seine Meinung machen, aber wir möchten einfach nur schauen, haben die etwas daraus gemacht, was einen Fan zufrieden stellt? Haben die etwas daraus gebaut, wo man sagen kann, ja ich als Fan möchte das gerne spielen und zu diesem Zwecke habe ich an meiner Seite den guten Jim, seines Zeichens Star Trek Fan der ersten Stunde. Ja, seit Geburt an zumindest. Ich bin auch kein minder großer Fan eigentlich davon, deswegen haben wir uns hier bei den Alrex die Special Collectors Edition bestellt von Modiphius, den Borg Cubus. Man sieht hier im Größenvergleich ein bisschen mickrigen Gegensatz zum Ding, aber auf jeden Fall nicht minder beeindruckend, denn dieser Würfel enthält eigentlich alles was zu Release, was Modiphius zum Release von diesem Pen & Paper zur Verfügung stellt und wir werden einen kleinen Blick darauf werfen und natürlich diese richtige Frage beantworten. Was kann das Teil eigentlich, was kann dieses Rollenspiel genau? Die Box enthält eigentlich alles was man sofort zum Spielen braucht. Meiner Erfahrung nach muss ich sagen, dass der Würfel ein bisschen zu umständlich ist. Er ist ein bisschen zu groß, ein bisschen zu klobig, man hat zwar alles, aber für den Transport würde ich sagen, wird er sich nicht nehmen. Er hat schon beim ersten großen Transport eine kleine Beschädigung erhalten, also er schaut cool aus, aber ich würde lieber mein Buch und meine Figur in einen Rucksack packen. Ja, es ist die Spezialausgabe, es ist die limitierte Spezialausgabe, es ist natürlich nichts zum Transportieren, es ist ein Sammlerstück, das zum auf den Schrank draufstehen und anschauen. Zuallererst natürlich das Wichtigste ist das Star Trek Adventures Roleplay Game Core Rulebook, es ist die Special Edition mit dem Special Edition Cover. Zu den genauen Regeln und was wir davon halten, kommen wir später, schauen wir erst einmal, was Modiphius in der Special Edition eigentlich so für uns bereit hält. Platz ist genug, wie man sieht, Platz für einige Systeme und einige Getränke oder was. Ich habe Sprecherbögen, Würfel, Stift, Papier, alles. Die überschüssigen Schaumstoff habe ich mir als Dekoration aufbehalten. Asteroiden eventuell. Genau. Mit der limitierten Edition kommt nicht nur das erste Kampagnenband dieser The Voyages, das leider nur als PDF verfügbar ist. Alle Bücher, alles, was enthalten ist, wird als PDF auch verkauft. Was ich finde, rechtfertigt mehr als genügend den hohen Preis. Ja, definitiv. Wenn man bedenkt, dann jedes Buch so etwa 30, 40 Euro. Das habe ich mir aber ausdrucken lassen. Für alle, die ebenfalls sich das ausdrucken, ein kleiner Tipp, nicht auf A4 ausdrücken, denn A4 passt nicht hinein. Ich habe dieses Buch tweaken müssen. Das ist nicht ein A4-Setting. Ich habe es oben abschneiden müssen, damit es transportabel ist in der Box. Aber auch wenn es passt schräg in die Box. Also man hat Platz. Bei so etwas hat man Platz. So ein Format könnte das also sein? Kein Standardformat. Zeig mal, kein Standardformat. Mitgeliefert mit dem Würfelbild auch dieses schöne Poster, was auf der Rückseite auch die Star-Map hat, die größtenteils zum Spielen verwendet werden wird. Sollte man sich halt dann an die Wand hängen, eventuell, das ist nichts zum herumreichen mit dem Format. Genauso wie unsere große Aventurienkarte hat das ein sehr unförmiges Format, was eigentlich nur an die Wand platzierbar ist. Das ist also kein Handout. In der obersten Lade befindet sich, schön fein säuberlich eingeordnet, die Special Modiphius-Only Star Trek Adventures Würfel, das Würfelset. Braucht man natürlich nicht unbedingt, ist aber wunderhübsch. Ist wunderhübsch, weil man nicht nur die Commander, Science und Operation Würfel hat in der richtigen Farbe. So kann auch ein Charakter, der rein nur Command ist, seine eigenen Würfelsets haben, einer der Science ist, seine eigenen Würfel haben. Finde ich aber schade, dass es nur drei von jeder Sorte gibt. Man müsste sich eigentlich noch ein zusätzliches Paar kaufen, wenn es zwei Science oder zwei Operations Charakter gibt am Tisch. Aber ich finde nichts und trotz eine sehr nette Idee von Modiphius. Absolut. Gibt es auch Einzelne zu kaufen. Wer sich also nur für eine Sorte interessiert, kann sich die ab nachkaufen oder sich eben nur diese kaufen. Mit enthalten sind auch die regeltechnisch wichtigen Momentum und Threat Tokens, die im speziellen Star Trek Design, Alert und Federation Symbol gebrandmarkt worden sind. In einem erschreckenden Verhältnis zueinander. Es gibt sechs Momentum Token für die Spieler, aber verhältnismäßig große Anzahl von 15 waren es. 15 Bedrohungsmarken für den Spielleiter. Also Spieler müssen sparen, der Spielleiter kann raus haben, was wir werden noch später angehen, was es genau auf sich hat. Das ist ein 2d20 System-only System, was hier ankommt mit Threat und Momentum. Des Weiteren hat man hier auch einen ziemlich großen Block an Charactersheets, die lustigerweise auch auf der Rückseite die Schiff Registry haben, wenn man sein eigenes Schiff hat, beziehungsweise kann man natürlich auch eintragen, wo welcher Charakter auf welchem Schiff stationiert ist, was ich auch eine sehr lustige Idee finde. Eine unendliche Anzahl an Charakterbögen. Man rechnet scheinbar damit, dass man es braucht. Ich hoffe nicht. Ja, dass die Charakter werden wir nicht sterben. Zu dem kommen wir dann. Was auch eine sehr schöne Idee ist, sind diese Reference Cards. Jeder Charakter, der eine spezielle Rolle übernimmt, wie Security oder Commanding oder Communications, kriegt seine eigene Reference Sheet und kann dann sozusagen für seine Klasse oder für seinen Job nachschauen, was er genau machen kann oder was er genau machen muss. Auf der Rückseite ist immer eine General Rules Summary, wo einfach die Grundregeln ein bisschen näher gebracht werden. Leider muss ich sagen, dass nur mit den Rules Summary kann man noch nicht das Spiel lernen. Also ich musste mich ganz schön weit durchlesen im Regelbuch, bevor ich überhaupt die Summary verstanden habe. Aber so ist es. Es soll ja, man kann viel machen, es soll ja auch ein komplexes System sein für ein komplexes Spiel eigentlich. Und das finde ich eigentlich schön. Es ist wieder so ein System, wo man sich richtig reinkniet. Es ist nicht so wie GURPS oder unser patentiertes DSR 1 Aldrich System. Es ist wirklich etwas, wo man wirklich noch lernen muss. Und das finde ich schön. Es ist extrem immersiv. Es bietet für Fans alles, was man möchte. Vor allem der Aufbau. Alleine wenn man sich alles anschaut, was mit der Box kommt oder wenn man den Spieltisch aufbaut. Jeder Offizier hat seine Station, die sich optisch unterscheidet. Da ist ein kleines Display unten eingeblendet. Also allein der Aufbau des Spieltisches macht schon einen großen Teil der Atmosphäre aus. Also man will sofort sich hinsetzen, loslegen, spielen, seine Station bemannen und einfach die Star Trek Adventures erleben. Genau und gut, dass du es jetzt angesprochen hast. Man möchte einfach immersiv in das Spiel hineinfügen. Die zweite Lade und eigentlich der letzte große Part von dieser Special Edition sind die extra hergestellten Figuren für dieses Spiel. Ich bin nicht so ein versierter Experte in Figuren. Jim, du hast ein bisschen mehr. Jim, du hast ein bisschen mehr. Der Kasten ist voller Miniaturen, also der Modellbau ist eher ein bisschen mehr. Wenn man es sieht. Es sind Raisin-Figuren. Nein, nein, das dachte ich mir auch im ersten Moment. Es ist eine Art Hartplastik. Okay. Es kann sein, dass es ein Harz ist, also ein Resin, aber auf den ersten Blick, ja, die Farbe stimmt. Aber es ist wesentlich widerstandsfähiger als normale Kunstharz-Miniaturen. Der Detailgrad ist allerdings ein Wahnsinn. Nachteil an dieser Box ist allerdings, das ist ja dein Ja, genau. Die Figuren, vor allem die Klingonen, sind so groß und haben so ausweitende, ausladende Bewegungen, dass sie nicht ganz in die vorgesehenen Löcher passen. Man muss sie sehr hineinzwängen. Klingon-Size. Und das ist dann beim Einfädeln in die Lade ein bisschen problematisch. Aber ich denke, es ist vertretbar, wenn man bedenkt, wie gut die Qualität ist. Und es sind alle Figuren. Man bekommt alle Figuren, die auch zum Launch eigentlich verbreitet sind. Das sind einmal die Klingonen, Romulaner, beides Feinde. Die Original Series Figuren mit Captain Kirk's Ära und die Next Generation, Captain Picard's Ära Figuren. Und extra für diese Special Edition 3 Borg Feinde, Locutus, die Borg Queen und... Ich habe jetzt mal ein Kickstarter Goodie, glaube ich, oder? Das, denke ich, war... Es war nicht nur Kickstarter, es hat direkt auf der Modiphius-Seite den Verkauf gegeben. Ah, okay. Das war eigentlich direkt ein Modiphius-Product im Prinzip. Und die Miniaturen kann man natürlich sehr gut für den Kampf verwenden, da der Kampf mit Bewegung und Reichweite eigentlich mit Miniaturen und Floorteils ideal zum Lösen ist eigentlich, finde ich. Und das finde ich immer eine sehr schöne Idee, wenn man, wenn ein Pen & Paper das richtig etabliert, dass man den Kampf wirklich in Tabletop-Form abwickelt. Was wir auch noch später in den Regeln erläutern werden, ist der Schiffkampf. Man hat natürlich auch, neben seinen Charakteren, auch sein eigenes Schiff mit eigenen Werten. Und der Schiffkampf wird glücklicherweise genauso abgehandelt wie ein Personenkampf. Ein bisschen getweakt, natürlich. Aber das finde ich recht schön, dass man nicht ein extraes Set an Regeln lernen muss, nur für den Schiffkampf. Und man kann, mein guter Freund Jim hier hat sehr viele Techwing-Figuren von Star Trek, und da kann man natürlich idealerweise dem Kampf nachspielen. Der Hersteller weist extra darauf hin, dass zwar Personen-Miniaturen gemacht wurden, als es allerdings auf dem Markt genügend Miniaturen für Schiffe gibt, sodass sie keine eigenen produziert haben, was auch überflüssig ist. Genau, stimmt. Gut, somit zum kompletten Inhalt dieser Limited Edition. Einerseits finde ich es extrem in Ordnung, dass man wirklich alles auf einen Setz hat. Man hat wirklich alles, was Modiphius anbietet, auf einmal zur Verfügung eigentlich. Und das auch noch extrem schön verpackt. Ich finde die Limited Edition. Auch wenn sie für meine Zwecke zu groß ist, ist sie dennoch sehr schön. Das Borg-Kubus-Design macht richtig Laune. Alles ist in diesem High-Res-Griffelfolie, wie ich sie schon nenne, beklebt. Kleine Torpedo-Einschläge sind da sogar nicht für... Genau. Es ist wunderschön. Man hat genügend Platz auch für weitere Regelwerke. Dieser The Voyage ist ja noch Volume 1, was die Kurzabenteuer betrifft. Es wird wahrscheinlich noch Volume 2, Volume 3 geben. Für das ist noch genügend Platz hier. Da haben sie schon auf die Zukunft geschaut. Vielleicht, ich habe schon verlauten hören, dass die nächste Satz Figuren wahrscheinlich Cardiacianer werden. Cem Hadar. Oh, Dominien kriegt. Dass man mehr Feinde hat, sozusagen, als Figuren. Natürlich wäre noch wünschenswert gewesen, dass es bei den Miniaturen Modelle gibt, die die eigene Spielercharaktere darstellen. Es gibt, föderationstechnisch gesehen, nur die bekannten Charaktere. Also, Joey LaForge, Peter, Captain Picard. Und die anderen, eigene, gesichtslose Charaktere gibt es in dieser Form nicht. Sogenannte Red Shirts. Jede Figur ist auch ein bekannter Charakter. Und ich kann nicht sagen, so, ja, das ist jetzt mein Charakter. Nein, das ist Data. Ganz einfach, das ist Data. Und das wäre schön gewesen, wenn es solche No-Name-Charaktere gibt. Wie die Feinde bei Kilgoren oder Romulaner sind, die ja auch eigentlich No-Name-Charaktere sind. Aber ja, wer weiß. Vielleicht kommt noch etwas hinzu. Wünschenswert wäre es absolut. Gut. Nachdem wir jetzt wissen, was in der Box alles enthalten ist, kümmern wir uns mal um die Regeln. Was ist das Buch? Für diejenigen, die noch nicht das 2D20 System kennen, wie vielleicht aus Conan oder so. In aller Kürze, jeder Charakter hat sechs Attribute und sechs Disziplinen. Je nachdem, was er genau machen möchte. Angenommen, Schiffe fliegen. Dann nimmt er Control und Scorn beispielsweise. Nimmt seine zwei Werte, zählt er zusammen, hat dann eine Target-Nummer, würfelt dann immer mit 2D20 und muss unter diese Target-Nummer kommen, um einen Erfolg zu erzielen. Der Game Master schreibt davor, wie viele Erfolge er braucht. Ja, also jede Probe besteht aus zwei Werten, die man der Situation anpasst. Das ist nicht fixiert. Bei manchen speziellen Aktionen ja. Und die Angriffe kann man interpretieren. Genau, da kann man interpretieren und könnte sagen, ich möchte jetzt nicht mit dem Flugbahn berechnen, ich möchte einfach durchcruisen und auf mein Gefühl hören. Da nimmt man statt Control Daring oder umgekehrt. So genau weiß ich die Werte noch nicht, man möge mir verzeihen. Auf jeden Fall kann man das mit dem Spielleiter dann ein bisschen ausmachen und seine besseren Werte sozusagen rausholen, wenn man es gut erklären kann, um vielleicht bessere Erfolge zu erzielen. Die unterschiedliche Art und Weise, wie die Charaktere an eine Aufgabe herangehen, sind wieder total für Star Trek... Es geht um die Charaktere. Genau. Ein Charakter macht es anders als der Nächste. Genau. Einer, der was aus wissenschaftlicher Hintergrund hat, berechnet das mehr. Einer, der mehr so der Captain Kirk ist, der zieht halt schnell seinen Phaser und schießt mal drauf. Was eigentlich nicht Stellflottenprozedur ist. Aber dazu kommen wir später. Und so funktioniert eigentlich das System und verwendet eigentlich ganz normale W20. Und natürlich die niedrige Zahl ist natürlich besser. Eins ist natürlich wie gehabt, ein Erfolg. Was nicht standardmäßig ist bei englischsprachigen Pen & Paper. Nur wir, die von DSA kommen, wissen, dass eine Seite etwas Gutes ist. Ja, ja, ja. Barschen Dragons ist 20 immer etwas Gutes. Sie benutzen auch spezielle W6. Hier nennen sie die Challenge Die. Eigentlich im Prinzip wie ein W3, nur anders aufgeteilt. Also entweder, die werden hauptsächlich für Schaden und Schadensauswürfelungen verwendet. Also eigentlich ist es ein W3, wo die 3 nicht 3 ist, sondern 1 plus Effekt. Es ist beinahe eine Art W4. Also zwei Felder zeigen ein Spezialsymbol, das ein Zusatzeffekt zeigt. Ein Symbol, einen Schadenspunkt und ein Symbol, also eine Seite, zwei Schadenspunkte. Und natürlich zwei Seiten sind leer. Genau. Also man kann auch überhaupt keinen Schaden erzielen. Zum Regelsystem. Möchte ich jetzt nicht ganz so viel sagen. Holt euch einfach die PDF. Kostet nur ein paar Euro im Modifiers Shop. Und schaut euch es selber an. Es ist sicher nicht viel verhaut. Vor allem als Star Trek Fan. Ich bürge dafür. Aber die gesamten Regeln zu besprechen würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich möchte jetzt hier nur aufgehen auf die Frage. Ist ein Star Trek Fan zufrieden mit dem, was geboten wird? Und da hast du was Schönes gesagt, dass das System darauf aufbaut, dass man ein Abenteuer wie eine Episode aus der Serie ansehen kann. Aber es ist definitiv ein rollenspiellastiges Spiel. Es ist nicht etwas... Man darf sich nicht übertäuschen lassen von den Miniaturen und von den Tiles. Und ja, der Combat ist Tabletop mäßig und Min-Maxen. Dieses Item bringt mir plus 1 Damage und so. So ist es nicht. Man kann auf jeden Fall fast jeden Kampf in einem Abenteuer auch friedlich lösen. Was ja auch Star Trek ist eigentlich. Star Trek. Man sollte verhandeln. Man sollte exploren. Man sollte verhandeln können mit anderen Zivilisationen. Man sollte den kriegerischen Akt so gut es geht eigentlich verhindern. Der Faser ist immer auf Betäuben. Der Faser ist immer auf Betäuben. Und das ist auch im Regelwerk so niedergeschlagen, dass man für tödlichen Start einen extra Punkt ausgeben muss, dass man seinen Gegner killen kann. Also das finde ich sehr schön. Was aber auch Limitationen bringt, finde ich. Ich habe mit einem anderen Kollegen darüber geredet, dass man sollte Star Trek spielen, wenn man Star Trek spielen möchte. Ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt den Space Rambo spielen, der hier mit der Laser Gatling durch die Klingonen durchmäht. Naja, wer weiß, vielleicht kommt ein Reglement raus, wo man eine Klingonen-Crew spielt und das ist genau das, was die Spieler wollen. Star Trek Adventures Palp. Nicht unbedingt Palp, aber was macht eine Klingonen-Crew? Blumen und Brand schatzen und ihn in den Krieg ziehen. Aber nur als Info. Man spielt hier Föderation und Föderation, Sternenflotte only. Es ist ein kleiner Unterschied zwischen Föderation und Sternenflotte. Genau. Vielleicht könnte man das Regelwerk so tweaken, dass man was anderes spielen kann. Aber ich denke, das wären schon sehr viele Ausregeln. Also man sollte Sternenflotte spielen. Also muss man sich auch an Sternenflotten-Regeln halten. Und das finde ich schön, weil es auch extra Regeln gibt, die Charakter belohnen, die für nicht aggressive Lösungen für Konflikte einstehen. Dann kriegen sie mehr sogenannte Reputationen. Und je mehr Reputationen man hat, desto schneller kann man aufsteigen und einen neuen Rang erreichen. Beziehungsweise kriegt man dann auch bessere Values und bessere Werte im Prinzip. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber der Charakter kann auch besser werden. Man kann auch in diesem Ruf, in dieser Reputation auch sinken. Das kann natürlich auch wieder Konsequenzen haben. Genau. Ich kann auch dich im Rambu zeigen. Genau. Bin ich ein Weltraum Rambu, werde ich im Ruf in der Sternenflotte sinken und die Konsequenzen sehen. Im schlimmsten Fall werde ich ausgeschlossen und bin dann ein unspielbarer Charakter, weil hier einfach Sternenflotte gespielt wird. Deswegen finde ich, Leute, die nicht Star Trek kennen, werden es vielleicht ein bisschen schwerer haben, da sie einfach die grundlegenden Dinge nicht wissen. Aber dieses Regelsystem bietet eigentlich alles, dass du von einem, ich habe noch nie was davon gehört, bis zu, ich kann dieses Spiel wirklich spielen und wirklich einen Sternenflotten Offizier würdig repräsentieren. Und das finde ich, ist ziemlich gut geregelt. Für mich und wahrscheinlich für dich auch ein bisschen zu trocken, weil wir kennen das alles schon und ich lese das schon zum dritten Mal da drin. Aber ich finde, es ist wirklich, man muss es so machen. Man muss es natürlich so machen, dass es auch der 0815 Hans von der Straße eigentlich versteht. Genau. Das Aufleveln ist auch ziemlich träge, möchte ich sagen. Der Charakter wird besser, aber erst in sehr, sehr langen Instanzen, ähnlich wie bei der Serie. Es ist ja so, dass auch über Staffeln hinweg ein Charakter sich nur minimal verändert. Von einer Episode zur anderen hat er vielleicht einen etwas anderen Standpunkt, was Dinge angeht. Das wird dargestellt durch die Values, die Werte. Aber mehr auch schon nicht, eigentlich. Und das widerspiegelt sich hier auch ziemlich gut. Und das finde ich auch schön. Der nächste große Unterschied zu eigentlich jedem anderen Pen-and-Paper-System, das ich bis jetzt gesehen habe, ist das Support-Character-System. Ja, das ist ein schönes System. Denn jeder Spieler kann sich sein Hauptcharakter machen, aber kann auch bis zu ein oder zwei sogar... Wie viel man braucht. Wie viel man braucht eigentlich Support-Character machen. Ein Schiff besteht aus Hunderten von Offizieren. Genau. Und das finde ich schön. Während das Bodenteam auf dem Planeten gebeamt wird, hat der Spieler trotzdem die Möglichkeit, seinen Support-Character, der am Schiff geblieben ist, zu nehmen. Und wenn jetzt da der Hut am Schiff brennt, dass er dann diesen Charakter spielt. Oder wenn sein Hauptcharakter stirbt, kann er den Support-Character aufleveln oder öfter spielen, dass er dann auflevelt, dass seine Reputation steigt oder dass er halt in den Szenen mehr präsent ist. Und den dann zu einem Hauptcharakter machen. Und das gibt so viele Möglichkeiten. Und vor allem ich finde das, gerade bei Pen-and-Paper, diese unerwarteten Nebencharaktere. Genau das... Ich würde jetzt ein Dutzend aufzählen können, die vielleicht keiner von euch jemals gehört hat. Schaut einfach auf unseren Channel, da gibt es genug lustige Nebencharaktere, aber ich möchte hier jetzt nichts spoilern und nichts... Aber das ist wieder genau die Essenz von Star Trek. Nebencharaktere haben auch ihre Daseinsberechtigung ihre Rolle. Genau, finde ich. Und das haben sie wirklich schön übergesetzt. Man kann einen Support-Character genauso erstellen wie einen Main-Character. Nur halt einige Schritte abkürzen, nicht so genau ausfüllen, die Light-Version sozusagen. Und erst im Nachhinein dann, ah ja genau, und er hat noch das und das und das. Und das haben sie auch ziemlich gut in dem System eigentlich rübergebracht. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön. Also da sieht man wirklich, dass ein Abenteuer besteht aus mehreren Szenen, wo mehrere Charakter interagieren können. Und da können auch Support-Charakter eigentlich mitwirken. Und die Mechanik der Nebencharaktere ist Supporting-Characters insofern einfach eine tolle. Weil es erstens verhindert, dass der Spielleiter spontan irgendwelche undurchdachten Charaktere auftreten lässt. Zweitens, das Schiff füllt sich immer mehr mit Charakteren. Das heißt, das Schiff fühlt sich immer mehr an wie die mobile Heimatbasis, wie die Familie, wie die Freunde, die Charaktere, die man täglich sieht in der Arbeit und in der Freizeit. Und außerdem erschafft es so vielfältige Rollenspiel-Möglichkeiten. Mein Charakter geht in die Stellar-Kartografie und trifft den dort zuständigen Support-Charakter. Dem Spielleiter fällt irgendetwas Spontanes ein, irgendein tolles Gespräch, irgendeine Kleinigkeit, die er auf die Geschichte zurückzuführen ist. Es ergibt so viele Möglichkeiten. Das Schiff ist einfach voll und lebendig. Kommen wir zum nächsten großen Punkt, dem Kampfsystem. Natürlich bei einem Rollenspiel-lastigen Pen & Paper. Wie funktioniert das Kampfsystem? Und Motivis hat sich natürlich mit den Figuren etwas Schönes überlegt. Sie schlagen auch im Kampfkapitel vor, dass man auf einem Glatt Papier mit Bleistift wie Oldschool mäßig aufzeichnet, wo steht wer. Und sagt, ja, ich attackiere den und den und den und den. Natürlich haben sie das einen Schritt weiter gemacht und haben gesagt, wenn ihr dann vielleicht Modelle verwendet, die wir verkaufen. Oder Tiles, die sie natürlich rausbringen. Und Floor Plans. Dann funktioniert das natürlich besser. Das ist ein hübscherer Aufbau. Es ist nicht nur Skizze, aber du hast was in der Hand. Du hast was zum Anschauen, während die anderen Spiele anhand sind. Wichtig beim Kampf ist, dass eigentlich eine Kampfaktion wird so abgehandelt wie eine jede andere Aktion. Was eigentlich schon etwas Besonderes ist, denn überall hat man ja, was ist mein Attackewert, was ist mein Paradewert. Aber hier sind es tatsächlich genau wieder die Kombination von Attributen und Disziplin, die man anwenden muss, wie für ich versuche diese Türschlagung zu überbrücken oder so. Und das finde ich auch ziemlich interessant, weil im Prinzip kann ich jetzt hier keinen Kampframbo machen. Denn ich könnte auch diese Werte für etwas ganz anderes verwenden. Genau, das ist eine Aktion. Und das finde ich schön. Schau, dass du sie nutzt. Das heißt, auch der Kampf ist rollenspielmäßig angehaucht. Kann ich mal sagen. Nichtsdestotrotz muss man auch taktieren. Man kann natürlich auch Line of Side braucht man. Man braucht auch für Nahkampf muss man auch zum Gegner hinkommen. Es muss sich auch mit Sprintaktionen so ausgehen, dass man es schafft. Also das kommt nicht zu kurz, das muss man auch dazu sagen. Eine sehr schöne Sache ist beim 2D20 System ist das Threat und Momentum, was zugutekommt. Man kann mit Momentum sich einem Charakter mehr Schaden kaufen. Mit Threat kann der Spielleiter sich mehr Schaden kaufen. Der Charme ist wieder so beschränkend ausgedrückt. Man kann auch eine Vielzahl von der Vielzahl machen. Es gibt auch auf dem Seeds eine Reference-Sheet. Reference-Sheet, mit dem man sagt, was man alles mit Momentum machen kann. Create Opportunity, Create Obstacle, Obtain Information, Create Advantage. Genau, das ist halt speziell für das 2D20 und dass sie das auch in den Kampf ziemlich gut etabliert haben, das finde ich recht schön. Was auch wieder sehr rollenspielmäßig ist. Create Opportunity. Es demonstriert die Fügung eines Schicksals. Oh, da ist ein Gastank, der sieht aus, als könnte er ein Leck bekommen, wenn man da so und so drauf schießt. Opportunity Created und so. Genau. Es ist halt sehr rollenspielmäßig und das finde ich ist halt schön, weil genau so stelle ich es mir auch in der Serie vor. Genau so ist es ja auch in der Serie, dass einfach nicht nur die 2 stehen sich gegenüber und beballern sich. Da ist einfach dramatische Musik und da springt einer zur Seite und da nutzt er sein Environment und stoßt irgendwas um und so. Genau das wird auch hier etabliert. Es ist keine Handlung. Es ist kein 3 Schaden, 4 Schaden, 2 Schaden abgewehrt. Sondern es ist wirklich eine Szene, die mit jeder Aktion fortschreitet. Genau. Und was auch interessant ist, weil man ja einen Sternflotten-Offizier spielt, sollte man ja natürlich bei all means non-lethal-Attacks machen. Also Phaser only on stun. Ähm. Was natürlich sehr Sternflotten-mäßig ist. Aber ja, wie killt man dann Leute? Man kann, man muss sogar Momentum-Punkte ausgeben, um einen tödlichen Treffer zu machen. Und das finde ich auch schön, denn so ist eigentlich mein Charakter, wenn ich spiele und ich denke mir, okay, da kommen 5 Klingonen auf mich zu. Da habe ich keine Chance. Dann weiß ich aber noch immer im Hintergrund, ja okay, da muss ich schon viel Pech haben, da müssen die schon viel Crits würfeln, dass ich wirklich, wirklich stirbe. Ansonsten werde ich einfach nur gefangen genommen von denen. Und das erzeugt wieder einen anderen Konflikt. Das erzeugt dann wieder so, ah, ich muss gerettet werden. Dann bin ich als Main-Character mal aus dem Spiel, ein anderer Support-Character kommt vielleicht ins Spiel und muss mich dann retten. Und dann muss ich meinen Support-Character, dann muss ich meinen Main-Character retten. Klingt jetzt ein bisschen zu kompliziert, aber es ergibt sich. Zum Beispiel. Die Handlung ergibt sich von selbst. Genau. Und das finde ich ist das Schöne, dass, ähm, ja, ich werde besiegt im Kampf. Aber es ist noch immer, es ist rollenspieltechnisch jetzt. Es ist nicht einfach, ich bin tot, ich muss meinen Main-Character machen, sondern es ist zu 90 Prozent, würde ich jetzt mal behaupten, äh, wir haben leider noch nicht gespielt, aber ich behaupte jetzt mal, ähm, der Kampf wird größtenteils totlos ausgehen. Und das erzeugt wieder... Aber wenn... Aber wenn... Dann ist es ein dramatischer Moment, wie auch in der Serie. Genau, genau. In jeder Episode, wenn ein Crewmitglied, ein Haupt-Crewmitglied, eine Brütencrew stirbt, dann ist es ein Ereignis, dann ist es etwas Besonderes. In diesem Fall muss auch der Spielleiter einen Bedrohungsmarker ausgeben, um den tödlichen Schlag durchzuführen zu können. Damit ich wen töten kann, ja. Ähm, anders ist es natürlich beim Raumschiff-Kampf. Und, ähm, kurz gesagt, der Raumschiff-Kampf ist genauso wie der, also fast genauso wie der Personen-Kampf. Beim Raumschiff-Kampf, äh, gibt es die Hüllenbrüche, ähm, aber wir haben herausgefunden, dass es ganz schön lange braucht, bis ein Raumschiff, äh, zerstört ist. Kommt drauf an. Aber ja, es kommt drauf an. Es ist auch wieder dramatischer. Es ist aber auch wieder dramatischer, aber es ist natürlich möglich, dass ein Raumschiff zerstört wird. Absolut möglich. Und dann stirbt die ganze Crew. Aber es dauert in der Regel, was wir jetzt so gesehen haben, sehr, sehr viel länger, als wenn jetzt ein... Na ja, je nach Bewaffnung des Feindesschiffes, je nach Überzahl natürlich verschieden. Natürlich. Bei einem Duell ist es natürlich, dauert es länger. Ja, genau. Das System funktioniert im Grunde so. Genau, mit Bewegung, mit Range, alles ist gleich. Und auch hier, ähm, ähm, kann man mit Modellen bauen, äh, mit... Spielen? Kann man mit Modellen spielen. Äh, wie schon gesagt, äh, Jim hat einige Modelle und da freue ich mich auch besonders gut drauf, wenn das ausgespielt wird. Aber im Prinzip ist der Kampf, egal ob Raumschiff oder Personenkampf, sehr rollenspiel-lastig. Und eigentlich, die Dramatik ist hier im Vordergrund. Nicht, wie besiege ich den... Oh, jetzt muss ich den Gegner besiegen. Sondern, oh, wie besiege ich den Gegner? Oder was passiert sonst noch bei dem... Da stört der irgendetwas, was mir wichtig ist oder so. Beim Raumkampf gibt es vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Und zwar, die... Beim Raumkampf hast du nicht, ähm, dein Stresslevel wie im Bodenkampf. Und dann war's das, dann kommen die Wunden. Sondern du hast verschiedene Systeme, die der Gegner anvisieren kann oder per Zufall ausgerufen werden. Per Zufall ausgerufen werden. Diese können von deaktiviert bis zu beschädigt bis zu zerstört, ähm, gehen. Während der Schiffskampf stattfindet, können die Offiziere immer noch auf dem Schiff herumgehen, kämpfen, Systeme reparieren, äh, verschiedenste Aktionen machen, die man aus den... Sprich, Schildfrequenzen modulieren, Energien umleiten, ähm, Konsolen überschreiben oder... Ort-zu-Ort-Transporte in den Maschinenraum unternehmen, dort auszuhelfen, Schadensbegrenzungsteams zu schicken. Und da kommt wieder ins Spiel jeder Offizier, der eine verschiedene Station hat, hat wieder verschiedene Aufgaben. Und je besser die in ihrer Aufgabe sind und je besser sie sie zusammenspielen, desto besser funktioniert das Schiff. Ähm, zu den Abenteuern, ähm, wie schon gesagt, sie legen Augenmerk darauf, dass die Abenteuer, die man spielt, ähm, wie Episoden aus der Serie sind. Und, ähm, das finde ich sehr schön, dass sie das wirklich so rübergebracht haben, dass es mehrere Szenen gibt. Und in dieser Szene sind diese Charaktere involviert. Und, ähm, dass man auch im Prinzip, ähm, Erfahrungspunkte, jetzt unter Anführungszeichen... Wir gehen jetzt nicht in den Szenen... Die Leilensteine... Genau, die man, äh, Erfahrungspunkte den Charakteren gibt, die an den meisten Szenen beteiligt waren oder die das meiste, äh, bewirkt haben in den Szenen. Und das finde ich eigentlich auch sehr interessant. So wird wirklich der, ähm, ähm, der wichtigste Charakter sozusagen, der Wesley Crusher der Episode... Der Wesley Crusher der Episode. Wird hier belohnt mit Erfahrungspunkten und dadurch wird er dann, äh, äh, wieder aufgebessert und... Und so, das finde ich halt, das finde ich sehr schön. Was auch bedeutet, dass, falls man mal einen Abend spielt und nicht die volle Spieleanzahl da ist, könnte man ein, äh, One-on-One-Abenteuer machen eventuell. Natürlich. Wenn ich Spotlight auf einen Charakter, zum Beispiel ein Holotech-Abenteuer oder ein, äh, persönliches... Bezogen natürlich immer auf den Charakter. Ich mein... Ich mein... Was, was ich auch schön finde, ist, dass es wird immer der Meister, äh, der Spielmeister in einem Pen & Paper porträtiert alle anderen Charaktere. Aber die Spieler immer nur einen. Aber hier ist es so, dass man seinen Main-Character hat. Einen Support-Character. Vielleicht einen zweiten Support-Character. Vielleicht auch einen alten Main-Character aus einem vorherigen Abenteuer. Der ist ein herrliches System. Der mal kurz, mal kurz eintritt. Also, man könnte im Prinzip auch ein, ein, sozusagen, Solo-Abenteuer machen, in dem der Spieler trotzdem seine fünf Charaktere, äh, spielt. Was natürlich dementsprechend schwer ist. Ich würde jetzt, meiner persönlichen Meinung würde sagen, ein Haupt-Charakter, ein Sekundär-Charakter. Da, ich finde, dass es schon schwer genug ist, einen Charakter ordentlich zu porträtieren. Ja, man... Die Support-Charaktere sind Charaktere light. Genau. Also sind sie dementsprechend auch zu spielen. Damit meine ich jetzt nicht, ist es weniger wert. Sagen wir es wie es ist. Support-Characters sind eigentlich Red-Shirts. Jein. Es kommt drauf an. Hat man seine Lieblings-Support-Charaktere, die man immer wieder auftreten lässt? Natürlich. Ich kenn deine Meinung dazu. Aber ich finde... Liegt natürlich wieder im Auge des Betrachters. Genau. Es liegt im Auge des Betrachters. Support. Unterstützende Charaktere. Support-Characters sind einfach nur Crewman Nummer eins mit diesen Werten. Aber für dich ist das natürlich etwas, was... Ja, okay. Für mich kann auch, wenn die Gruppe beispielsweise keiner spielt den Schiffsarzt, dann würde ich den Schiffsarzt genauso mit Namen und Geschichte ausarbeiten. Wow. Der Schiffsarzt mit Red-Shirt. Nein, ich muss ja kein rotes Shirt anhaben, weil der Arzt hätte ja... Wissenschaftsblau. Ja, blau, ja. Würde ich diesen als Support-Charakter einstufen. Wie in einem Film auch. Supporting, Role, so und so. Ja, abschließend das Fazit. Wem würde ich Star Trek Adventures empfehlen? Ja, ganz eindeutig... Star Trek-Fans. Star Trek-Fans. Wenn man sich jemals gedacht hat, ich möchte gerne eine Star Trek-Episode in einem Penel Paper nachspielen, dann ist das tatsächlich das ideale Regelwerk, das ideale Setting dafür. Mit Abstand. Es hat schon einige Versuche gegeben, Star Trek in einem Penel-Paper zu verwandeln und es hat halbwegs funktioniert, aber nie in dem Ausmaß wie dieses Spiel. Es bietet einfach alles. Genau. Was aber auch gleichzeitig meiner Meinung nach der größte Nachteil ist, wenn man mit Star Trek überhaupt nichts anfangen kann, dann wird man sich mit dem Regelwerk auch nicht gut anfreunden, weil es einfach... Das Setting ist speziell. Das Setting ist schon speziell. Das Setting ist schon speziell. Man spielt immer einen Sternflotten-Offizier. Man sollte sich immer an die Sternflotten-Regeln halten. Natürlich kann man mit Hausregeln das ein bisschen tweaken, vielleicht ein bisschen mehr in die Kirk-Ära gehen, wo man einfach mal schnell ein Torpedo auf den Planeten schießt. Es wird im Regelwerk sogar eine kleine Anmerkung, dass die verschiedenen Ära, zum Beispiel Kirk-Ära waren die andere ein bisschen anders. Ja, man kann verschiedene Ära spielen, aber im Prinzip weniger politisch, mehr explorativ, mehr zwischenmenschlich, also es unterscheidet sich je nach Ära. Dennoch sind die meisten Regeln dafür ausgelegt, dass man einen Sternflotten-Offizier spielt und demnach immer Phaser und Stun, immer sich an die Direktiven halten. Ja, eigentlich im Prinzip, ich kann jetzt nicht einfach mal schnell einen neuen Warp-Kern bauen oder so. Ich bin kein Super-Über-Genius, ich bin keine Kampfmaschine. Außer das Inhalt des Abenteuers. Außer das Inhalt des Abenteuers. Aber in 90% der Fällen ist das eigentlich genauso wie eine Serie. Man muss sich auf die anderen Crewmitglieder belasten können. Genau. Man ist ein Team. Man ist ein Team und das finde ich, kann man sehr schön in ein Pen & Paper umsetzen, was schön umgesetzt worden ist. Ja, aber wie gesagt, für Fans ein Muss, würde ich schon fast sagen. Ja, definitiv. Für alle, die interessiert sind, können reinschauen. Ich finde, ich würde es weiterempfehlen. Auf jeden Fall für jemanden, der ein zivilisiertes, menschennahes Science-Fiction-Pen & Paper spielen will. Für alle, die jetzt mal, sag ich mal, ich möchte komplette Aliens spielen oder so etwas, wäre es dann vielleicht auch Regeln dazu. Aber es ist halt mehr auf Sternflotte und so angepasst. Ich freue mich schon, wenn es mehr Erweiterungen gibt. Vielleicht kommt dann mal eine Klingonerweiterung. Vielleicht kommt dann mal eine Romlana-Erweiterung. Dass man auch diese Settings hat. Kann ich mir durchaus vorstellen. Die Möglichkeiten sind da. Die Geschichte ist da. Die Geschichte ist da. Aber im Prinzip, wenn sie schon alleine Episoden zum Nachspielen rausbringen. Das würde mich eigentlich schon freuen. Also ich werde sehr viel Freude haben, weil ich eigentlich mich gerne in dieser Welt befinde. Mich gerne in dieser Welt identifiziere. Und gerne einen Offizier oder Käpt'n oder Admiral spielen möchte. Admiral ist lange nicht so ein Schreibtisch. Befehle geben und so. Flick dann hin und soll mir das Teil. Kaffee trinken. Den ganzen Tag Kaffee trinken. Zum Beispiel. Also jeder, der sich gerne in so eine Rolle versetzen möchte, den kann ich das Regelnsystem nur empfehlen. Wie gesagt, Modifias hat einen Online-Shop. Kauf das als PDF. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr ein Fan seid. Würde ich die Limited Edition empfehlen, falls sie überhaupt noch zu erhalten ist. Ich glaube, ein paar Würfel gibt es noch. Ansonsten, wenn man sich nicht wirklich hineinknien möchte in das ganze Setting, wenn man nicht wirklich die Floorplains haben möchte, die Figuren. Ich meine, ich werde nicht die Figuren anmalen, das wäre mir zu viel Arbeit. Wer nicht wirklich voll das ganze Paket haben will, ich glaube, der ist mit dem reinen Regelwerk eigentlich schon am besten bedient. Alles andere ist nur Schmuck, ist nur Zierung. Es ist nützlich. Genau. Vor allem die Regelnzusammeln. Es schaut cool aus. Es schaut cool aus. Fassungen der einzelnen Konsolen. Genau. Und der Game Masterchef. Muss ich auch noch hinzufügen, ein kleines Detail. Ich muss sagen, dieser Schirm ist der für mich am essentiell wichtigsten Items an Schirmen, die ich jemals gesehen habe in irgendeinem Pen & Paper. Es ist wirklich alles drauf, was man wirklich braucht. Man muss sich nicht irgendwelche Post-its machen oder so. Ich habe das bei vielen anderen Settings machen müssen. Das genau steht nicht drauf. Das muss ich machen. Aber dieser Spielleiterschirm hat wirklich alles oben. Er ist auch groß genug für alles. Also da finde ich, das ist wirklich interessant. Also ich würde mir den Spielleiterschirm dazu kaufen, wenn ich das sehr richtig hätte. Also meine Empfehlung Meisterschirm. Kauf den Meisterschirm. Kauf den Meisterschirm. Der Meisterschirm kommt aus dem Borg-Kurs. Ja. Das ist das nächste. Aber ansonsten gibt es von mir als persönlich eine Kaufempfehlung, die Alex unterstützen es. Falls ihr uns zuschauen wollt, wie wir ein Spiel in Soundtrack Adventures machen. Like dieses Video. Schreibt es in den Comments. Wir werden es auf jeden Fall spielen. Aber wir wissen nicht, ob es Channel-konform ist, weil wir ja eigentlich ein DSA-Channel sind. Aber wir sind ja offen für alles. Aber wenn ihr es wollt, lasst es uns wissen. Gebt den Fans, was sie haben wollen. Gebt den Fans, was sie haben wollen. Sagt es uns. Kommentiert es. Liked. Shared. Teilt. Subscribt. Alles. Alles, was euch einfällt. Alles, was euch einfällt. Ich bedanke mich hier. Ich bedanke mich auch an Jim für seine Expertise. Dankeschön. Hier. Es war eine Freude, hier darüber zu fachtümpeln. Und ja, wir sehen uns auf der Brücke. Enagi. Enagi. Enagi.